Oh, Favela, Favelas. Oh, Mensch, cool, ne neue Map. Das ist die neue Map, genau. Nice. Gut, dass ich die schon gespielt hab. Ich auch. Oh, man, oh, man, oh, man. Das wird ja mal mega lustig, Buddha, Buddha. Buddha, Buddha. Buddha, Buddha, Pest, hey. Nein. Das macht so ein gutes Geräusch und alle so fertig sind so, boom. Ja, versteht, ich. Du bist mal der Vorletzte. Tömei, du Noob, was ist denn los mit dir? Weißt du was, weißt du eigentlich, wie ein Zug macht? Nee, soll ich es dir mal sagen? Nächster Halt, Bremen Hauptbahnhof. Noob, Noob. Bam. Noob, Noob. Cool. Ich lande einfach so auf dem Dach und denke mir so, jup. Holy ist das tief. Holy moly ist das dunkel. Das stimmt. Ich kenne, ich weiß einfach nicht, wo ich hinfahren soll. Auch nicht. Ich gucke mir hier noch so die Gegend an, weißt du. Oh, wie groß ist hier so ein leerer Raum. Hier. Oh, da geht es noch mit an nach oben. Wie viele Stockberke da haben? Stockberg haben die denn hier? Sieht, tausend, millionen, fünf. Oh, das war Helena. süße Band. Ja. Cute, cute, cute. Aber irgendwie ist die Map schon cool. Ja, das stimmt. Weil die Mucke hier am Start. Oh, 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 Kapkan. Nice. Ja, gut, ich bin schon tot. Ja, heck, heck, heck. Die haben einen Jager. Der Jäger. Wie heißt der Jäger eigentlich? Oh, du wirst mir nicht glauben, wie der Jäger heißt. Das ist der Judenjäger? Das ist der Judenjäger, ja. Kann ich den irgendwie melden, weil dieser Name geht ehrlich nicht. Nein. Oh, das hat mich bei Töster. Ich bin rausgegangen. Ich spring nochmal rein. Pass auf, da ist gleich noch der Jäger. Die haben noch eine Valkyron und noch einen Kapi. Was für ein kleiner Raum. Er ist her. Er ist her. Oh scheiße, haben wir einen Raum dahinter glaube ich. Valkyron. Ich gucke dann genau da, wenn ich weiter da in den Raum gehen will. Da müssen wir nicht groß drum herum reden, es ist einfach eine Valkyron. Meine Fotze ist das. aber es sieht cool aus als die map hier kann man sich ja cool mit dem cup kann spielen das ganze hier die türen und so gibt und der ist ja cool, der muss weiter boah hier sind einfach drei türen da kann ich jetzt nichts machen vier türen what the fuck ich weiß gar nicht wo ich hier was hinstellen soll so ich bleib einfach mal hier komm mal hier rein ich habe übrigens bei uns gerade noch eine verlegen hast du dir schon was genommen, Kiri? nein hab ich nicht ja ich kann die flaschen abschießen das macht spaß ich glaube die wissen ja wo wir sind du hast neben dir ist direkt ne 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 ich weiß das so ein fenster ist hab ich schon gesehen also wenn du was hörst dass jemand daran macht sagt bescheid ja ich ziehe direkt drauf wie kam von oben Für uns ist das auch was. Verdammt. Kamelo, wo bist du? Oh mein Gott. Da wurde einer gemessert. Ein Sledger ist direkt da. Drin. Direkt hinter der Hostage. Bei den Flaschen. Bei der Hostage. Was? Hinter dir. Oh lol. Und dann nochmal links von dir. Oh mein Gott. Ich war voll verwirrt. Ich dachte, hä? Kann ich da jetzt langlaufen? Nee, kann ich nicht. Aber da habe ich irgendwas gehört. Und dann... Ach, keine Ahnung. New Map. Ja, ist halt ehrlich so. Kein Wunder, dass wir jetzt verlieren. Oh. Was willst du machen? Ja. Wunderbar. Oh. Kein Wunderbar. Wunderbar. Hostage. 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 Doch erst mal gucken, wo du überhaupt reinfahren kannst. Hostage! Confirmt. Illuminatik umfirmt, sollte der immer sagen. Die haben ne Vakura. Ich sehe schon so'n Ding. Ich bin einfach im Kreis gefahren, weil ich nie mehr wusste, wohin. Hier ist irgendwie so'n Graslabor. Direkt bei der Hostage. Ja, das sind Weedblätter. Schön, dass du da durchfahren kannst. Was? Das ist... Behindert. Oh, der wird schon gesprengt irgendwie was. Der hat nicht mal getroffen! Eigentlich nicht. Die haben das alles schon mal gespielt. Oh, ne Kamera. Ich dachte aber auch, dass wäre ne Granate gewesen. Ja, ich auch. Ich so, lol, scheiße. Und die jetzt? Wer lässt dies bleiben? Ich glaub, die wartet, dass ich jetzt noch rauskomme. Ja, okay. Mhm, okay. Was? Du bist denn da? ... strangen die Hacks-Malate, dann. Es war ja auch schon mal ein Technikabreview. Ist die Valkyrie weg? Nein. Ist doch einer. Ich glaube die Valkyrie gibt jetzt hier noch. Ja. Komm von oben. Unten. Unten. Sorry. Hat sich hier angehört wie oben. Ja, Valkyrie. Valkyrie-Hater hoch 10. Rasiert. Ah. Ja. Ja, zum Glück, dass du da noch auf der Treppe so standest. Ich wollte gerade noch ein bisschen weiter nach vorne gehen. Weißt du, was bei mir war? Was? Ich war irgendwo reingegangen. Dann war da halt so ein Gang und dann läuft da halt der Blitz vorbei. Ja. Oder der Jäger, weiß ich nicht genau. Und dann gehe ich so ein paar Schritte vor und denke mir so, okay, der hat dich nicht gesehen. Der hat mich auch nicht angeguckt. Der ist einfach stumm vorbeigelaufen. Ja. Und auf einmal kommt er zurück und gibt eine Headshot und dabei hat er nicht mal in meine Richtung geschossen. Na gut. Der hat nicht mal, also der hat nicht mal, das sah mir aus wie ein Headshot, ja? Weil ich halt sofort down war mit einem Schuss. Aber mit einem Fadenkreuz war er nicht auf mich drauf. Das sind dann entweder Superskills oder Superhacks. Ich habe ihn echt nicht verstanden. Weil ich hätte auch wirklich nicht so wirklich auffällige Geräusche gemacht oder so, ne? Weil der einfach an mir stumpf vorbeigelaufen ist. Hm. Wie ich das gesehen habe. Äh, 4-4 spielen wir. Wir spielen jetzt 4 gegen 4. Lol. Das ist ja doof. Kiri, hast du noch was zum Re-Enforcen? Ne. Verdammt. Jetzt haben wir noch eine Mauer. Oh, direkt hier, mein Mauer. Oh, direkt hier, mein Mauer. Das ist ja weg. Ja, wie das denn? Oh, äh, ich sitze da oben und schieße immer ein bisschen rein, jo. Na gut, na gut, war da gut. Hm. Kleckbierd. Geil. Ich sag dir, wir holen das noch. Wir holen das noch. Das sind meine Calls. Was ist das für eine entspannte Musik? Welche? Im Hintergrund läuft. Ne, die läuft hier im Hintergrund. Nicht, dass ich wüsste. Du musst die Hostage beschützen, um die Reine zu beschützen. Ba, 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 ba. Na, 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 na. Oh, Mann. Die, die bin. Ich gehe aus. Bom, bom, bom! So, fuck die können hier ja auch von oben kommen. So, keine Kamera weg. Ich bewege mich irgendwie die ganze Zeit, aber unfreiwillig, guck mich mal an. Was? Guck mal zu mir. Nein. Bei mir wechselst du dich jetzt, was ich bewegt habe. Oh, bei mir, bei mir, bei mir sind hier was. Oh, da sehe ich unser Freund da. Weg. Nice. Was? Das war sogar Blackbeard? Lol. Und dein Schild wackelt irgendwie noch rum. Schild. Ja, das ist ein Bandit. Das ist ein Schild. Hast du den Schild schon? Ne, schade. Konnte ich das nicht aktivieren. Kacke. Ach, bei der 5 muss ich kicken. Seh nix. Schade. Schade. Ich bin ein bisschen weiter runter und dann hast du direkt auf dem Kopf gewesen. Äh. Alter, die haben sich beide dahinten. Oh, ey. Das war echt eklig von denen. Aber... Aus Versehen die Hostage angeschossen. Neue Map. Weil ich nicht genau wusste, wovon du angeschossen wurdest. Und ich habe einfach nur das Bewegen gesehen. Ach. Ja, kann man nix machen. Es hat ne neue Map nicht. Ha. Alter, was hat der für einen ekligen... Ekele Maske gehabt. Weiß ich nicht.